Hallo, hallo Laser-Matthew. Wie geht's? Ich bin auch schwarz. Na? So Leute, willkommen zu einem neuen Format. Ja, ich glaube, das heißt jetzt überspringen den Ryan. Ansonsten, ich weiß noch nicht genau, aber mit dabei ist der chaotisch. Hi! Und zwar, wie funktioniert das Ganze, Leute? Wie funktioniert es? Es kommt gleich irgendwann, fünf Minuten hier nach oder so, ist schon online ein Video, wie ihr euch bewerben könnt. Und zwar, es ist ein Community-Projekt, ja. Wir spielen ein Jump-League-Duell gegeneinander. Immer so, keine Ahnung, zehn Runden ist so, oder wer zuerst zehn Punkte hat, ist eine Staffel. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Punkt. Wenn einer von euch gewinnt, kriegt ihr einen Punkt. Und ich spiele jedes Mal gegen den anderen von euch. Ich glaube, das ist ganz gut erklärt. Ansonsten guckt euch das Bewerbungsvideo an, das es besser erklärt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in eine Runde, oder? Ja, also, ich schlag dich. Nein, ich schlag mich. Okay, ich bin ein bisschen nervös. Jump-League-Duell, ja, das ist immer so schwierig. Aber ist ganz gut. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wo man langspringen muss. Ja, einfach immer geradeaus, immer geradeaus, dann passt. Oh shit, doch, okay, ich bin richtig. Die Sache ist halt auch jetzt so, selbst wenn ich das Jump-Run schaffe, dann heißt das trotzdem nicht, dass ich gegen dich gewinne, so. Weil meine PvP-Skills sind ja auch nicht die besten. Hä? Das zweite Modul ist ja immer mega geil. Hast du das zweite schon gehabt? Ja, ich bin gerade nie. Ich bin noch beim ersten. Beim zweiten musst du nicht mal springen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nein, da war einfach so ein Loch und ich bin drauf reingefallen, nicht mehr so drin. Ja, genau, du musst erst über das eine Loch drüber und dann in das andere rein. Das ist ein bisschen tricky da. Aber findest du bestimmt schon irgendwie. Echt, war da ein anderes? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, das ist beim ersten Mal. Nein, ja, ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja. Erst über das eine drüber und dann ist da direkt noch eins. Dann läuft das. Ach ja, Leute, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Kaute stimmt auch auf. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich das jetzt erkläre, dann dabei. Aber wenn nachher, je nachdem, wer gewinnt. Ja, ich kann ja gewinnen. Oder ihr könnt gewinnen als Community. Wenn ihr gewinnt, muss ich eine Bestrafung machen. Wenn, habe ich das richtig gesagt? Wenn ihr gewinnt, muss ich eine Bestrafung machen. Ja, ich glaube schon. Hoffe ich einfach mal. Und wenn ich gewinne, dann, weiß ich noch nicht, dann habe ich so eine Community-Aufgabe für euch. Dann muss ich mir noch überlegen. Mal gucken. Nein, ich bin so blöd. Ich schaffe es einfach nicht. Ist man beim ersten? Ich schaffe es nicht, weil mir das erste Modul ist. Ja, Jumplick ist auch schwierig. Jumplick ist auch schwierig, muss man sagen. Ist halt echt so. Keine Ahnung. Tridump ist schon viel einfacher als Jumplick. Oh, geschafft. Oh mein Gott. Nice. Good job. Good job. Ja, erstes Modul geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt auch nur sechs Stück bei den Duell-Sachen. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich fall die ganze Zeit noch so richtig drum runter. Wo bin ich denn? Modul 4 auch erst. Guck, du kannst aufholen. Aber okay, Modul 2 war auch das Easy-Modul, wo man gar nichts machen musste. Da muss man einfach nur laufen. Ja, da muss man drei Meter laufen. Ja, was war das bitte für ein Modul? So ein geschenkter Checkpoint. Vielleicht kommt ja auch keiner von uns ins Ziel. Das kann ja auch sein. Ja. Bis jetzt sieht es eher dann auch aus. Oh nee, jetzt bin ich erst Modul 3, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Achso, es gibt sieben. Ja, genau. Sieben? Okay. Ah ja, stimmt, stimmt. Okay, sieben Module. Ich bin jetzt beim fünften. Wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich beeil mich. Ich muss ins Ziel kommen. Nein, nein, ich beeil mich. Doch, ich brauche gutes Equip, damit ich eine bessere Chance habe gegen dich. Ach, scheiße. Was ist hier bitte schön in den Kisten alles drin? Hast du auch so ein P-P? Ja. Oh nee. Ja, das ist halt auch immer ein bisschen Glückssache, ist hier das Problem, ne? Ja, in die Trijump hättest du mich ja sonst abgezogen. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wo muss ich hin? Ah, da. Jawohl doch, ja vielleicht schon. Ja, das ist ja ganz gut. Schade, dass das nicht wie Trijump ist, weil dann könnte ich durch meinen Jump-Run-Skill nur gewinnen. Aber jetzt muss ich auch durch PvP-Skill ein bisschen überzeugen. Und man braucht auch ein bisschen Lack bei den Kisten. Weil wenn man halt nichts Geschaltes bekommt, dann... Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Aber wenn ich weit... Meine Theorie ist jetzt, wenn ich weit komme, müsste ich auch Sachen bekommen, mit denen ich dich besiegen kann. Aber das ist natürlich nur die Theorie. Ja, es gibt, glaube ich, immer bessere Sachen. Ja. Wobei, es kann aber auch, glaube ich, sein, dass wir halt beide so ins Ziel kommen. Oder fast ins Ziel. Aber du hast voll Eisen so plötzlich und ich habe nur Gold-Sachen, so wenn man voll Pech hat, ne? Das kann natürlich auch sein. Ist leider... Ist leider so. Ah, shit. Aber ich muss ins Ziel kommen, weil dann kriege ich die Diashuhe. Dann habe ich den Ultra-Vorteil. Oh mein Gott, ich schaffe gerade den einen Sprung nicht mehr. Bei welchem Modul denn? Bei Modul 3 oder 4? Ich weiß gar nicht. Ah, shit. Ich bin bei Modul 6, glaube ich. Ja, Modul 6. Was ist das? Ja, aber ich verkacke es die ganze Zeit. Ja, ich verkacke. Es gibt ja hier noch ein Modul, ne? Es gibt ja 7. Und... Oh, ich schaffe Modul 6 einfach nicht. Oh, und ich schaffe das Modul einfach nicht. Komm schon. Das muss funktionieren. Bitte. Ich darf nicht verlieren. Ich muss die erste Folge gewinnen. Das wäre so gut. Ja, doch. Ich muss die erste... Wenn ich das nicht gewinne, lade ich das nicht hoch. Dann kommt dieses Video nie. Oh Gott. Das war's mit dem Format. So. Ach ja, ich habe das noch gar nicht gesagt. Die Idee war auch chaotisch. Die Idee war tatsächlich von dir. Deswegen bist du auch als Erster mit am Start. Also nochmal danke dafür, Alblali, für diese tolle Idee. Danke dafür, chaotisch. Ich dachte jetzt schon, du dankst mir nicht. Ja, Alblali hat die Idee gemacht. Oh, nicht gesprungen. Der hat mich angeschrieben auf YouTube. Meint so, yo Ryan, ich verfolge dich schon länger. Willst du nicht so ein Format machen? Genau. Ja, ist echt so. Glaubst du mir nicht? Soll ich die Nachricht einblenden oder was? Ja. Ja, okay, ja, hier. Jetzt glaubst du mir auch hoffentlich. Shit, jetzt muss ich ehrlich irgendwas editieren. Das kann ich gar nicht. Oh Gott. Ja, egal. Ich pass. Danke, danke. Ich glaube, ich habe jetzt das siebte... Ach, oh ne. Alter, was ist das denn für ein schwerer Leitersprung? Ich glaube, ich komme nicht ins Ziel. Sorry. Nee, ist nicht schlimm. Passt schon. Passt schon? Okay, ich dachte, du wärst jetzt enttäuscht von mir. Dann ist ja gut. Ich will dich nicht enttäuschen. Nein, ich bin so blöd. Ich hoffe nicht, weil mir den zweiten Sprung oder so. Nee, den dritten. Bei welchem Modul bist du nochmal? Bei Modul 4. Nice. Hast du schon ein Eisenschwert? Hast du schon ein Diaschwert? Ja. Ich bin schon full Dias. Schon drei. Ach, krass. Ich habe nur eins bekommen. Das ist aber unfair. Weil drei Diaschwerter sind besser als eins. Du bist so stärker. Oh mein Gott. Weil du hast ja zwei Hände. Du kannst auch zwei benutzen, ne? Ja, ich habe sogar fünf Hände. Ich bin fast runtergefallen. Fünf Hände? Krass, Alter. Ich cheate. Alter, scheiß Cheater. Aber es sind noch 46 Sekunden. Komm, ich muss das siebte Modul schaffen. Bitte. Ich bin jetzt bei Modul 7. Oh Gott, ich muss das Modul jetzt schaffen. Bitte. Wenn ich das schaffe, dann bin ich der krasse King. Nein, ich habe gefehlt. Ich muss es schaffen. Bis zur nächsten Zeit. Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe diesen Sprung nicht. Ich bin so nervös. Ich muss es hinkriegen. Ich muss es gewinnen. Aber das ist auch gut, dieses Format. Ich bin auch nervös. Nur wegen dir. Nur weil ich nervös bin oder was? Ja, geil. Ich habe keine Schuhe. Als ob ich keine Schuhe bekommen habe. Oh Gott, das ist bitter. Ich habe halt die Lederschuhe jetzt, ne? Oh, schick. Denk daran nicht anzuziehen, ne? Es geht in 13 Sekunden los, das PvP. Oh, scheiße. Ich ziehe mich gerade schon an extra. Ey, ich treffe gar nicht mal meine Hose, die ich gerade umwechsel wollte. Ich war dreimal auf meine Dinge gekriegt, auf meine Brustplatte. Okay, PvP. Bist du bereit? Nein. Okay, ich warte noch kurz. Du darfst dich noch anziehen. Weil ich ja nett bin, ja? Ja, ich habe ja extra eher aufgehört mit dem Jump'n'Run, damit ich mich anziehen kann. Aber ich bin ja ein Ehrenmann, also lasse ich dich auch noch anziehen. Achso, äh. Ja, passt so. Nice. Go? Ja, ja, go. Go? Warte. Go, go. Oh, du hast eine Eisenbrustplatte. Go, go. Okay. Let's go. Nee, kein Go. Achso, okay. Nee, nee, wir warten jetzt. Bis die Zeit vorbei ist. Ach shit, das ist auch Zeitbegrenzung. Let's go. Tschüss. Oh, du hast auch eine schlechtere Waffe als ich, glaube ich. Eine Steinachse nur, ne? Nee, eine Eisenachse. Oh, halt's ab. Ich sterbe. Oh Gott. Knapp, knapp. Warte mal, man hat vier Leben? Alter, das wurde verändert, oder? Zwei Herzen hatte ich. Nein, nein, insgesamt. Also man hat insgesamt fünf Leben anscheinend. Ich habe noch vier. Ja, ja, bei, ähm, bei, ähm, Ding, Jarrah, Jump League, äh, 101 ist das, glaubst du. Ich dachte mal, naja, okay, bist du voll? Ich kann. Ja, ich bin voll. Okay. Kannst du auch gerne gleich auf mich draufgehen. Ja, ja. Okay. Oh, du Assi, du fucking Hacker. Hacker. Ich cheate, soll ich dir mein Hackland schicken? Ja, ich kill dich jetzt. Das ist der, äh, abonniert chaotisch Hackland. So, stirb bitte. Oh, der hat auch noch Pfeile, als ob du Pfeile hast. Komm schon. Ja, ja, ja. Nein! Aber ich hatte auch einen Goldapfel drin. Was? Ja, aber ich habe keinen mehr. Gar nicht ungefähr, oder so. Ja, ich habe den ja jetzt nicht mehr. Shit, ich muss jetzt regenerieren. Okay. Also wo ist der kleine Schlimmöhe? Los geht's. Wo bist du hin, hä? Kuckuck. Hi. Hi, na? Alles klar? Bist du noch um Arme? Ja, aber, oh Gott, nicht damit, nicht mit dem Bogen. Das tut doch weh. Hat dir erst keiner beigebracht? Man macht nicht mit Bogen, weil Pfeile tun weh. Oh, shit, da bist du schon. Oh, holy shit, die Combo. Wenn ich dich jetzt nicht kille, ne? Dann gehe ich AFK, Alter. Alter, ich gehe AFK. Nein! Ja, okay, keinen Bock mehr. Ich hatte ein halbes Herz. Als ob. Ich hatte auch nur ein... Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ey, das kann nicht sein. Ich muss doch gewinnen. Ich habe viel besseres Equip, aber du ziehst mich einfach ab im PvP. Bist du jetzt schon voll mal endlich? Warte, warte, warte. Wie viele Rüstungspunkte hast du eigentlich? Äh, zwei, vier, sechs. Echt? Ich habe mehr. Als ob. Ich habe sechseinhalb. Ach ja, du hast auch... Ja, du hast auch Eisenschuhe und Eisenhelme. Stimmt. Ja, du bist viel besser Equip. Oh, Gott. Hi. Du bist schon direkt hinter mir. Ja, ja, klar. Ich warte doch schon die ganze Zeit. Ja, du hast besseres Equip. Daran liegt es, Leute. Ich war weiter, aber der hat besseres Equip. Das ist doch unfair. Das ist doch unfair. Ich schreibe gleich den Server an. Ja, ich gewinne. Ich schreibe gleich den Server an. Das kann nicht sein. Also, Leute, dafür will ich jetzt 50 Likes auf die Folge sehen. Dafür, dass ich jetzt allein schon gleich gewinne. Wenn ich dich nochmal kille, will ich 50.000 Likes sehen. Alter. Komm schon. Nein, 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 nein. Also, ja, da hängt es. Ja, ich habe gewonnen. Ja, gut, Leute. Gigi schreibe ich auch in den Chat jetzt. Auch wenn ich es dir sagen kann, ich schreibe es trotzdem mal in den Chat. Oh, Gigi. Guck mal, der ist so ganz fällig. Kennt der uns? Weiß ich nicht. Hallo. Wie heißt er? Wie geht's? Ich bin auch schwarz. Na? Gut. Das war es dann mit der ersten Folge, Leute. Hier, Chaotisch hat einen Punkt bekommen. Wie gesagt, Bewerbung ist in einem anderen Video. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Chaotisch ist auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr auch vorbeischauen. Der hat das auch aufgenommen. Falls das hochlädt, ich weiß es nicht. Aber trotzdem könnt ihr vorbeischauen. Ja, ist so ein Highlight. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Falls ihr noch einen anderen Namen für das Format habt, könnt ihr ihn auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber über Spring in den Rhinings ist, glaube ich, ganz cool. Das hattest du auch vorgeschlagen, ne? Ja, habe ich. Ja, ich glaube, so nennen wir das. Ansonsten könnt ihr auch nochmal den in die Kommentare schreiben, Leute. Dann, ja, bis zu einem anderen Video hoffentlich, Leute. Ciao. Ciao.